Beste! 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 Das ist die 21! Wie geht das mit der 21? Das ist die 21! Hä, woher bist du das? Hast du es dann ausgedacht? Nein! Nein, das ist so! Wenn du es so umzeigst... Ne, ich check's nicht! Das ist die 21! So! So ist die 21! Das ist die 21! I love more beat! I love more beat! I love more beat! Moabit ist Beste! Moabit ist Beste! Moabit ist Beste! Das ist der Beste, den ich je getrunken habe! Wir haben sogar hier Besuch aus Neukölln... Wedding! Super hat zu mir gefallen! Viele gute Filme, das ist der original! Yannick! Moabit Café ist Beste! Das ist so geil gewesen! Es gibt Pantomime und sowas, was ich nicht kannte! Ja, war eine richtig gute Show! Macht Spaß! Ist bei Ihnen was dabei! Für alle Altersgruppen! Lustig, innovativ, unterhaltsam! Kann es gar nicht passen! Toll! Wirklich toll! Ich habe einen super Platz! Ganz klasse! Nächstes Mal bringe ich meinen 20-jährigen Sohn mit! Der hat das verpasst! Ganz super, super, super! Wow! Woh! 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 Hat er eine Platinier von ihm? Ja! Die ganzen Leute sehen mich wie ein Zombie! Mir war es egal! Und ich habe doch gedacht! Ding, ding, ding! Meine Eltern kommen! Ding, ding, ding! Sieht meine Wohnung auf! Ja, erzähl doch mal irgendwas, was ist so typisch Persisch! Ich sag ja, warte, Haare aus dem Rücken. Gegen Gentrifizierung hilft ehrlich gesagt nur ein T-Shirt und das wirst du auf den Nachhauseweg tragen. Der Berliner von Hause aus sind die freundlichsten und harmlosesten Menschen der Welt. Das hat bei der Einführung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu großen Problemen geführt. Ich habe kein Geld. Egal, fahren Sie doch bitte mit. Besten Story 2013 mit einem Fünfbein. Applaus, Applaus, Applaus für meine Gebäude! Mord bittes Beste! Du wolltest du besitzen Mord bittes? Natürlich, du wolltest du besitzen Mord bittes. Du wolltest du wissen, wie du besitzen Mord bittes? Du wolltest du besitzen Mord bittes. Du wolltest du besitzen Mord bittes. Was können wir noch erzählen hier? Ah ja, news-at-kaffeemordid.de, den Newsletter-Sign. Ich sagte das einfach mal noch zwischendurch hier. news-at-kaffeemordid.de, den Newsletter-Sign. news-at-kaffeemordid.de, news-at-kaffeemordid.de, den Newsletter-Sign. Ich sagte das einfach mal noch zwischendurch hier. Hier wird die Umbaupause. Und weitererzählen, dass wir am 25.02. einjähriges Jubiläum hier feiern. Und da müssen wir mal gucken, bei wem wir einladen. es wirklich noch die ersten Gästeher. Jutzt in der nächsten Zeit und seitdem immer noch